Musik 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 Amen. 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 A continuación van a escuchar una obra que es original para cuatro Favos. Esta transcripción es para cuatro guitarras y la adaptamos para la orquesta. Han oído ustedes algunas piezas de hoy pero no les hemos hablado del autor ni de la reglista. Der Bruce, die ihr mit dem Terceto gehört haben, waren eine Reihe von Terceto. Die adaptationen, die Sie jetzt hören, sind von einem Englisch. Er heißt Andrew Forrest. Dieser Arreglo ist auch von drei Bewegungen. Die obra se titula El Fénix. Amen. 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 Amen.